In diesem Video wird der Fleischkonsum jedes Landes pro Jahr gezeigt. Mal schauen, wer am schlimmsten ist. Ja, oh, die Schweiz ist schon hier mit ungefähr 75 Kilogramm pro Person pro Jahr. Das ist schon krass, aber ich bin mal gespannt, wo Deutschland ist, weil ich habe das Gefühl, die sind weit oben. Und Österreich vielleicht auch noch, vielleicht kommen die auch noch. Ja, wir sind jetzt schon bald bei 80 Kilogramm pro Jahr. Ich selber esse, Real Talk, auch noch Fleisch. Ich weiß, ich sollte weniger essen, als ich eigentlich esse. Aber ja, Frankreich, oh, Frankreich ist weit oben. Germany, 88,1 Kilo pro Jahr. Also, wer frisst so viel Fleisch? Wahrscheinlich wir alle. Und wer isst auf Platz 1? Ich sag, Real Talk auf Platz 1. Oha, Österreich noch mehr? Ich sag, die USA muss fast auf Platz 1 sein, weil, was die an Fleisch fressen, Ja, klar, okay. Ja, klar, okay. Ja, klar, okay.